Der erste Titel, den Sie hören, da sind wir sehr besonders stolz drauf, heißt, so ist auch angesagt worden, Kalt-Cold. Der ursprünglich deutsche Text wurde nämlich unter Mitarbeit von engagierten Übersetzern und Musikkollegen ins Englische übersetzt und Sie sind die ersten, die den Titel hören. Also herzlichen Glückwunsch von Sie! Werde ich aussehen? Kann ich rausgehen? Es ist kalt, der nächste passt. Keiner wartet noch mit, es ist kalt. Keiner wartet noch mit, es geht an wie bist du? Keiner wartet noch mit. ter Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017